Hallo, ich bin Niki Oxenhofer von Remax Prime. Freut mich, dass ihr wieder mal vorbeischaut. Ich habe heute eine Eigentumswohnung für euch im 16. Bezirk am Ludo Hartmann Platz, mit Blick am Ludo Hartmann Platz. Die Wohnung ist im ersten Stock an 50 Quadratmeter, zwei Zimmer, eine Küche, ein Badezimmer mit Wangen zur Verkehrsanbindung, wunderbar. Der 48er fährt in beiden Richtungen quasi vor der Haustür weg, die Usage ist auch nicht weit weg. Die Lubner City ist quasi einmal um die Ecke, da kann man Problemus zu Fuß erreichen. Dort gibt es natürlich zahlreiche Geschäfte, auch der Vogelweidepark und die Wiener Stadthalle ist gleich daneben. In Kürze wird es auch ein Open House geben, wo ihr euch die Wohnung ansehen könnt. Jetzt im Anschluss gibt es immer Bilder. Ich hoffe, sie gefallen euch. Euer Niki Oxenhofer von Remax Prime. Bis bald und ciao. .